Hallo, ich bin Ramona, Chemielaborantin aus dem Mellerud-Team. Dieses Mal stelle ich euch die Anwendung des Mellerud-Bremsstaub- und Streusalzentferner vor. Der Mellerud-Bremsstaub- und Streusalzentferner ist für die hochwertigen Metalloberflächen konzipiert und lässt ihre Felgen wieder glänzen. Für ein optimales Ergebnis die Felgen zunächst gleichmäßig mit dem Reiniger einspülen. Circa 4 Minuten einwirken lassen, ohne dass das Produkt auftrocknet. Anschließend mit einer Bürste oder Schwamm verteilen. Zuletzt muss das Produkt gründlich mit Wasser abgespült werden. Neben Bremsabrieb oder Winterschmutz wirkt der Mellerud-Bremsstaub- und Streusalzentferner auch gegen Ölfilme, Straßenschmutz, Frostpartikel und auch gegen eingebrannte Verschmutzungen. Wir wünschen viel Spaß bei der Verwendung unserer Produkte. Bis zum nächsten Mal.